13. Monatsrente für alle Rentner gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, was ist denn mit der SPD auf einmal los? Nachdem der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gefordert hat, dass noch mehr Berufsgruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden sollen, er meint damit Beamte und Selbstständige, geht es jetzt hier Schlag auf Schlag weiter. Die Thüringer SPD-Gruppe, ich zeige Ihnen das mal in der entsprechenden Online-Zeitung, die Zeit online vom 7. März 2024. Die Thüringer SPD-Gruppe will die 13 Rentenzahlungen pro Jahr. Und zwar sagt, die Seeheimer Thüringer SPD-Gruppe ist für die Einführung einer 13. Rentenzahlung. Das erklärte deren Sprecherin Katja Böhler in Erfurt. Böhler ist im Übrigen Wirtschaftsstaatssekretärin in der Thüringer Landesregierung und vertritt die im Januar in Thüringen gegründete Gruppe der Seeheimer. Der Seeheimer Kreis, das kann ich Ihnen schon mal bestätigen, ist ein sehr konservativer Kreis von SPD-Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten. Da ist es schon doch sehr erstaunlich, dass das praktisch im Grunde genommen aus der Ecke kommt. Meine Damen und Herren, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich würde das mal noch ein bisschen vergrößern, die ganze Geschichte. Sie wissen ja auch, dass ich auch für eine Ausweitung der gesetzlichen Rentenversicherung als erwerbstätigen Versicherung bin in Deutschland. Und zwar soll die 13. Monatsrente an das 13. Monatsgehalt angelehnt werden. Das heißt also, Rentnerinnen und Rentner werden dann eine weitere Monatszahlung erhalten. Das würde ungefähr 27 Milliarden Euro mehr pro Jahr kosten. Das ist eine ganze Latte Geld. Aber unter Hinweis auf die Schweiz, Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, die ja auch schon die 13. Monatsrente eingeführt haben, in Österreich sind es sogar schon 14 Monatsrenten, dürfte doch das für ein solch reiches Land wie Deutschland null Problem sein, diese Dinge auch hier zu bezahlen. Zu der Seeheimer Gruppe gehört auch der Wolfgang Tiefensee, den kennen Sie. Der ist dort Wirtschaftsminister in Thüringen, meine Damen und Herren. Ich finde das also alles sozusagen gar nicht mal so mega schlecht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fordere auch 13. Monatsrente für alle gesetzlichen Rentner. Das würde unter anderem auch dazu führen, dass wir deutlich weniger Altersarmut haben bei Rentnern. Das können wir uns eigentlich als solch reiches Land, wie wir in Deutschland sind, gar nicht mehr leisten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.